Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von RawFutureTV. Ich habe gerade Training gemacht, Fitness und benötige nun ziemlich viel Energie. Ich habe überlegt, dass ich mir einen Eiweißpudding machen werde, aus vielen gesunden Proteinen und Kohlenhydraten. Und zwar habe ich dafür hier schon mal vorbereitet vier mittelgroße Bananen, ungefähr 60 Gramm Hanfmehl und ungefähr 60 Gramm Datteln. Das tun wir jetzt alles in den Mixer rein. Das tun wir jetzt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Sehr gesund, gut für den Muskelaufbau und auch unglaublich lecker. Ich wünsche euch guten Appetit. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ich sage bis bald. Das war's.